und da hoffentlich weiß ich die steuerung noch eine weile her es wurde außerdem gemeldet dass sich die organisation zu dem angriff bekannt hat ist das spiel aber zum ersten mal gespielt habe ich erst gedacht haben wir schon extrem job wechselt karriere wechsel in diesem fall der nationale sicherheitsberater er ist böse luken und das sind zu mir das wäre aber auch nicht nur ein fall auch schon genau wie damals wird lehrer und er ist ein was ein zombie getroffen und direkt die folgen überschlag gemacht wird ja erinnert mich gerade so ein bisschen an resident evil 2 doch ich muss abziehen ich weiß dann mach die automatisch ich habe no idea what's going on nein weg noch einer ja ich habe mich an dir fest ja ich habe und ich mich an dir wie ich mir das überlebt aber warte moment ich bin leon es kennedy der überlebt alles ich glaube er hat nicht überlebt ach dem geht es gut ja das irgendwie unser major objective wir müssen gott finden dann bitte ich denke mal dass es nun an der zeit ist wir schlagen uns über den friedhof zur kathedrale durch keine ausdauer nach dieser action nach dieser action haben wir nicht mal die einleitung gemacht nach also zwei leute ich bin ja ich wollte gerade die begrüßung machen aber weil sie die rot alles hier verkackt hat wurde ich jetzt gerade vor einer schaufel erschlagen das war man auch keine gemacht wird doch doch wir eingefallen auf gott hier kann es ja gar nicht zielen das wäre der wende der diebel 1 perspektive ja ich bin bettelbar im master und hier heißt durch willkommen zurück zu resident evil 6 aber jetzt wie steht ja er geht mir zu viel ab also wir sind nicht mal fünf minuten im spiel passiert hier wieder so was war doch die schaufel auf ja ich weiß nicht war war das ist gerade im spiel oder war es bei mir ich kann es nicht gesagt ich habe gerade krankenwagen oder sowas gehört ganz sicher hier ich habe keinen plan ich weiß nicht was hier abgeht jetzt aber unser ziel ist die kathedrale zu erreichen über den friedhof weil wir irgendwie den unfall hatten weil der bus war ja ja meinte wir müssten einen zombie überfahren und dann war waren wir in der situation wo dann ganz viele zombies kamen die ganzen leute die man gerettet haben sehr teilt und warum sind die zombies so agil es sind immer noch fucking zombies und ich habe nicht mehr viel position naja ich glaube man habe ich noch mehr als genug ich muss das wollen kombinieren ich habe nicht mehr so viel pistolen müssen aber ich habe noch ein bisschen schrot tatsächlich ich glaube ich muss es erst mal dabei und für eine weile auf die schlose war das habe ich auch gerade da war auf einmal dann plötzlich ein zombie vor mir wir sind im leben wo ist das ist im leben da hole ich doch mal lieber ist besser raus ich brauche besser ich will auch ich habe und schrot gehen her ich habe ja ich habe in dem chemie gibt es gar keine schütze oder irgendwie sowas kannst du nicht sagen ich weiß halt gar nichts über das spiel hast du gesehen das neue war da wo jetzt hat es im vollen kopf ob wir geschossen alter graus ja sicher es wird bestimmt noch noch irgendwie so blitz ein schlacht kommen dann wird plötzlich noch mal ein zombie vor einem stehen aber ich sehe die kathedrale da ist sie aufgereistet und jetzt lasst uns gott finden die weg und so ist nicht erwünscht kapsel sowieso viel besser als runde richtig ausgerechnet ganz ruhig das wird schon was soll sonntag gerade ja jetzt du sonntags die kirche ich habe fast sogar keine energie mehr das wird auch geilt sehr gut ich bin ein wein den außen ist noch einer ja kann man nicht überhaupt mal darum gucke ich hier warum so ein ein mysterium hier geht es weiter aber wir müssen hier sogar rein ja 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 ich habe noch eine gewisse schaufel dem hast es gegeben na los ich gehe doch wie ich sehe kein ding ich muss es lang du scheiß hund der hat den schlüssel da es gibt wohl schlimmeres als einen hund über den friedhof zu jagen ja das könnte andersrum sein ich habe schon wieder oh gott ich dachte wir haben leben und jetzt nur gedreht aber ich habe grünes kauf gefunden ich habe auch noch so ich habe zwei grüne kräuter aber ich warte die ganze zeit ob ich vielleicht noch ein rotes irgendwo finde naja damit du daraus ein paar mehr tic tacs machen kannst genau oh hi er steht ja einfach so hoch schild gerade sein leben dann komme ich kennst du das ja das ist halt nicht so oh moment da bist du ich höre einfach nur so in der ferne so naja lass mal die die serger oder absteck grabsteine haben wir bestimmt verpasst ja so ja das stimmt also ich habe gerade drin grünes kauf gefunden habe es direkt kombiniert damit er hat tic tacs aber ja ich habe auch ein grüß von ich weiß gar nicht wie so maximum man momentan kann die mit hat ganz schön voll soll es so vielleicht langsam ausgewenden da ich weiß ja nicht ob das vollwert kann ich weiß ich ja auch nicht so war ab wegen scheint ja auch nicht der fall zu sein so ich weiß es nicht ich auch nicht und wäre sehr gut so eine schaufel bei bei sony aber mit der schaffel war man nicht werfen ich sage einfach nur noch wie die schaufel geflogen jetzt in der gesicht aber ich muss es ich muss mir jetzt erstmal tic tacs machen ich habe auch nicht nur wüsste wie man aber macht so schon mal nicht du musst erst hier ja nein ich meine taste bei mir ich habe noch ich habe noch fünf tic tacs naja gut ich habe ich habe jetzt keine tic tacs mehr aber ich habe fünf energieeinheiten sagen wir eine heilung baust also so langsam frau ich welche jetzt habe ich nicht nur zwei der drei energieeinheiten auf einmal abbezogen aber ich habe größt kaum gefunden oder oder ich habe noch etwas und auch und 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 nein nein konnte ich ja gar nicht ja du musst man ding separat im menü holt ja wir waren ja nicht weil wir dann auch hier direkt beendet hatten also ja auch noch diese sachen wir holen sowie stärker nahkampf angriff oder schaden oder weniger schaden mann jetzt mal dran denken ja dann werden wir das machen bevor wir dann der hund ist irgendwo da hinten aber da war gerade noch so ein doper zombie gewesen so aus löse rhodi riedhoff schlüssel ich komme hier aber es scheint keinen sarkophon zu sein ich werde schon wieder eingefallen meinst du dann oh mein gott okay ein bisschen schroh oh mein gott das noch zombie sind aber auch agil gewordene ich habe noch mal das kann ja auch noch mal ein bisschen auf meine pfp wechseln ja vor allen dingen jetzt haben wir wieder dieses blöde regenwetter wenn wir glatten montag sein aber heute ist ja sonntag dann gehen wir mal da rein ja okay wir sind drin ja wir sind drin ja wir sind drin und ich werde erst mal angeknabbert ja mal auf da gerade na da ich sehe es ja 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 mein gott dass sie wegen mir um hier und dahin sind noch viele war was ich glaube jetzt sind wir getrennt ja da kommt eine angekrabbelt am boden es gibt ja mit dem feuerschutz auswahl ja ich sehe da hinten ganz viel jetzt sonst nein wenn man falls sie gerade oben wie die fliegen ich habe mir auch geräusche ich habe ihn bei mir ich habe nur einen tic tac da ist er wäre so ein schrei auf ja ich bin ja sowas von tod alter ihrem partner halten sie weh gedrückt gut ich glaube kaum dass sie wegen mir umkehren aber ich sehe ja aber immerhin ich habe jetzt wieder volle energie also diese scheiß springer mit dem bisschen feuerschutz bei den ersten mir kam gerade aber auch einer irgendwie ist gar keiner bei mir aber warte moment ich kann ich kann ja ein paar fans sind dahin legen ich muss ja lauf rumlaufen also ich versuche zu denen kommen wir sind auch ein paar gegner ich verbrügele euch mit meiner schrotbinde ja er brennt ja er das habe ich ein das war ich konnte gar nicht so weil man sich ja auch wegen sonst das tut einem nicht gut und ich sehe da in den schreier als schon aber ich glaube ich habe ihn ja ich habe schon sagen ich habe schon mal gepumpt wo werken sie sind müssen ok 1 zentimeter entfernt du kommst klar da hinten ja ich habe noch ich habe noch zum vp 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 kleiner blästig kann auf ich habe schon wieder zombies ich fühle mich hier die z unten wohl wohl ist das ist das normal dass man sich hier dezent unwohl fühlt du musst mir du musst mir die tür aufmachen ich habe auch gutes krause es ist gut ich muss natürlich auch man ja da ich stehe auf der anderen seite jetzt kommt sie natürlich alle ja daneben gesprungen ich schrei auf zu schreien aus da bist du bist du bist auf rot ja genau sie erst mal praktik tacks rein also grab und immer noch nicht vollfällig ich hatte hier bereits zwei schreie hälse ja ja ich hatte auch nur ein ja ich bin hier runtergefallen dann irgendwann war ich bei dieser goldenen tür kannst du bitte mal ruhig sein ich versuche hier gerade zu erzählen ja hier aber warte moment ich kann mich kennen glaube ich auch noch ein paar kräuter herstellen irgendwo ist noch was ja gute nacht liebster idiot und hier kommt man rein diese goldene bei mir hat er dann gesagt so noch eine tür glaube wir brauchen etwas dafür um die tür zu öffnen keine tic tacs mehr ich habe noch drei tic tacs übrig ich muss mir mal ein kraut hier allein ich nicht reinpacken nicht reinpacken kommen die er ein fänger weg im welt lagern so das stimmt warte moment was hier auch noch in behälter packen der tod dem geht es gut weißt du wir müssen es doch immer um die sicherheit der anderen kümmern gehen wir mal zur tür ich gefunden auch gerade also für die kommen wir immer wieder ja die laufen hinterher jetzt endlich zur kathedrale oder nicht ja man ist das schön höre dich endlich wieder zu sehen du warst die ganze zeit bei mir ich habe mir deine stimme zu ja hey na los hey in der sache noch kaputt machen und so ok ja ja gut geht er erst mal sachen kaputt machen wenn granate auf der bank haben wir hier noch was habe ich hier noch fähigkeitspunkte ich habe geschlossen aber ja bleiben sie draußen die kirche ist geschlossen kommen sie nächsten sonntag wieder ich habe ich habe brandgranate haben wir alles ja dann haben wir alle da hallo ich weiß dass jemand da ist hallo machen hallo gott die dinger bringen uns um wir sind es doch nur ja wir haben ein paar kollegen ja noch ja okay 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 einmal den ja brenne wo er breite warum lebt er noch muss man als eins an wir kriegen gesellschaften der hatte ich will ich die kirche die kirche geläutet oder das gebet auch scheiße wir werden ja sowas vom sterben aber jetzt auch eine badgarten apropos frank anascha da oh gott oh mein gott ja aus dem weg das ist einfach das ist so ein boss typ für sich gerade aber ich sehe nicht das ist so viel geld ich bin dort seit ich lasse nicht sterben ich hätte nicht einfach zu sterben stehen da kommt es aufgerollt ist tot hier ist tot ich gehe mir da ganze zeug hier also macht die tür auf ich habe nur ein ap hinter dir hinter dir was kommt denn da hat das noch so ein schreier 33333 leider das spiel für sich auch wenn man so will vom boden aus abschied ich habe keine monik wir standen ja ich habe ich habe nur gesagt der euro macht die tür auf